Hallo und Willkommen zurück bei Dark Souls 2, ein Viertel mit Let's Play Einfallslos. Und ciao. Hallo. Ah, ich will nicht sterben. Warum willst du nicht sterben? Weil ich noch zu schön bin, um zu sterben. Warum spielst du dann Dark Souls? Weil ich sexy bin. Und rein da. Rein, 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 rein. Ja, Gema. Was? Du willst bei der Gema mitmachen? Spinnst du? Also spinnen tue ich, aber nein, das war jetzt nicht der Sinn meiner Worte. Her, her, her. Der greift mich an. Der andere greift mich an. Gut, dass wir das geklärt haben. Okay. Man möchte mein Essos-Flakon sein, schneller. Oh, eh, nee, nicht schon wieder. Es hat den Falschen anvisiert. Es hat den Falschen anvisiert. Menschen töte ein Katana mit einem schrecklichen Blablablabla. Und Scheißchen hinlegen. Und Ring wechseln, nicht vergessen. Ich sollte mir mehr Waffenverzauberungen mitnehmen, glaube ich, wer zu brauchen. Ja, vielleicht, vielleicht auch nicht. Vielleicht werden wir jetzt die Bude rocken wie ein alter Rocker. Und vielleicht hältst du die Schnauze. Du alter Sinidler-Zirkus-Affe. Jetzt bin ich gespannt. Habe ich meine Waffe noch verzaubert? Nein, und die Aufladung ist auch nicht mehr da. Sehr schön. Kommst du? Die Frage ist doch, du kommst. Achso, bist du schon vorgelaufen? Ja, gewaltig vorgelaufen, Mann. Bin schon fast beim Bursraum. Deswegen stehen die Mobs hier so scheiße. Du bist dran schuld. Geronimo! Fast versteinert, Geronimo! Du oder ich? Ich war gerade. Gut, bei mir ist so gut wie kein... ...kein Tropfen auf mich gegangen. Geronimo! Nein, nicht an den Typen ran! Ich habe dir das Leben gerettet, glaube ich. Danke. Oh oh. Zumindest vorhin. Ausdauer regenerieren, Ausdauer regenerieren. Komm schon. Kannst du dich bei der nächsten Gelegenheit mal heilen? Ach, komm schon! War so ein schöner Kampf bisher. Komm, den mache ich platt. Okay, für nächstes Mal wissen wir Bescheid. Was wissen wir Bescheid? Äh, ich gehe kurz zum Lagerfeuer und mache mir noch eine Waffenverzauberung rein. Und ich gehe nach Matschula und repariere die Ringe. Also, was haben wir für diesen Kampf gelernt? Du bist scheiße. Das wusste ich aber schon vorher. Stimmt, das haben wir nicht gelernt. Da ist Beruht auf Gegenseitigkeit. Also, gut. Wir haben gelernt, äh... Auch wenn es verlockend ist, den Bogenschützen zu töten, bringt es noch viel. Was hast du gelernt? Ich dachte, das wäre so eine Glaskanone. Nein. Einmal draufhauen, der liegt am Boden, stirbt und röchelt. Der mit den, äh, zwei Schwertern ist die Glaskanone. Der nimmt extrem viel Schaden. Warum tötest du ihn dann nicht? Weil ich an den so schnell nicht rankomme. Also... Das Zeichen liegt auf jeden Fall. Also bitte, äh... Ich habe ihn schon öfters auf mich gelenkt, damit du... gemütlich von hinten in den Rücken stechen kannst, aber... Was hast du getan? Ich wurde angegriffen und habe mich verteidigt. Ja, 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 ja. Immer diese billigen Ausreden. Ich habe jetzt alles Zauber-Slots bis auf einen mit Waffenverzauberung belegt. Ich habe Magie dabei, ich habe Kristall dabei, ich habe Blitz dabei und ich habe Finsternis dabei. Ja, und die sind gut gegen, also das, äh, ihre Schwäche ist. Ich habe keine Ahnung. Deswegen habe ich doch alles dabei. Auf jeden Fall besser als keine Verzauberung. Nein, das ist nur dafür da, dass ich nicht ständig zum Lagerfeuer zurück muss, nachdem du gestorben bist. Immer diese, diese billigen Sprüche. Hört ihr das? Hört ihr das? Dieser Unhold. So. Also, der greift auf... Die gehen auf mich, also, hast du... Wow. Ich dachte, die Glaskanone... Der hat geblockt. Die Glaskanone. Guck, wie viel Schaden er nimmt. Ja, da ist einer. Nein, ich dachte, ich habe ihn. Hat der eine gerade den anderen, äh, mit dem Schild... Ah, nee, das bist du... Oh Gott, ich kann euch da nicht auseinanderhalten. Ich habe ein Schwert, er hat eine Keule. Was ist daran so schwierig zu... ...sehen? Weil ich die Waffe nicht gesehen habe. Aber, 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 aber. Schau mal mein Zeichen hin. Ich glaube nicht, dass du das schaffst. Gut, vielleicht sollten wir bald, äh... Nicht mehr durch die Höhle rennen, sondern... ...die Monster töten. Warum? Irgendwann kommen sie ja nicht mehr. Nee, das ist so anstrengend. Das dauert... Oh, was dauert... ...mehrere Male, nee. Und ich habe langsam keine Seelen mehr. Das bedeutet, ich kann bald meine Ringe nicht mehr reparieren. Da ist noch Ringer. Hä? Da ist noch Ringer. Fertig. Ja, aber nur noch einer. Und ich kann nur noch... Das ist noch sehr im Inventar, denke ich. Und ich kann nur noch eine reparieren. So, jetzt kann ich... Ich habe dir das Leben gerettet, bitteschön. Danke. Jetzt kann ich, äh, mehr als einen Ring reparieren. Um genau zu sein, zwei. So. Okay, und... Los geht's! Okay, wir... Wir... Kam schon rein. Rein, habe ich gesagt. Rein. Bist du bereit? Mhm. Okay. Der Typ da, kräftig an. Das war so nachts abgemacht, aber... Ich habe den doch. Was für ein Cheater. Guck mal, da ist jetzt die Gelegenheit, dich zu heilen, eigentlich gehabt. Ich hatte die Gelegenheit gehabt, zu heilen. Ja, als beide auf mich gegangen sind. Okay, und jetzt heile ich mich. Warte. So, die gehen beide auf mich. Oder? Nein. Okay, schnell Entfuschen nehmen. Ich habe doch nur gerade einen Pfeil an mir vorbei. Okay, und ab. Oh, der geht auf dich. Ja. Okay. Den habe ich. Heil dich. Warum? Heil dich nochmal. Sicher ist sicher. Wegen dem kleinen Kratzer? Ja. Es ist flach, aber verbrauch ich ja nicht. Alter, ist der mies, wenn der hier steht. Vorsicht, ne? Weiß warum. Wir haben eine gute Ausdauer von dem her. Also, was heißt die Ausdauer? Verteidigung ist eigentlich so. Komm schon, noch einmal. Ja, wir haben gewonnen. Ich hab's geschafft. Letzende Titanite, versteinete Drachenknochen, Titannenscholle. Dann können wir ja in die Feuerfesten zurück. Und wo geht's hier hin? Guck mal. Nebel. Und nach dem Nebel kommt eine Kiste. Und die ist voll mit... Upgrade Items. Ja? Die hat Zähne. So... Blumenrock? Ein Blumenrock ist ein Upgrade Zeichen... Äh... Zeug. Wo sind... Ah, hier. Ich glaub, wir waren beim... Gemach der König in und beim Foyer. Warte, aha. Jetzt weiß ich, wo wir sind. Und wir haben doch gerade schlecht wenige Dings gegeben. Wie heißt das? Seelen, genau. Ich musste gerade überlegen. Zeh kommen die 45.000. Ja, weiß ich nicht. Woher kommen die 350.000? Keine Ahnung. Du hast mal wieder gecheatet, du Cheater. Nein, das war noch vom... Charakter nachspielen. Hätte ich noch so viel übrig. Wo waren die? Sie aber nicht... Äh, Foyer gemacht, der Königin. Foyer gemacht. Priesterin. Bla, 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 bla Also, was müssen wir hier schon wieder machen? Ich hab's vergessen. Ich hab keine Ahnung. Ich muss kurz gucken, wie es in deiner Welt aussieht. Ah ja, das sieht gut noch nicht, oder? Was für eine... Komm mal kurz mit. Kannst du hier was einsetzen? Ich glaube nicht. Glühendes Eisenzepter nicht im Inventar. Ah, geil. Das heißt, so ist es nicht. Ja, hier war doch dieser Riese. Denen wir... ...so schwer getötet haben. Ja? Nee, 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 nee. Hier waren die Fallen. Wie? Selbstmordtypen. Ach ja, genau. Ich gerne anzulüften. Extra für dich. Lass deinen Scheiß. Selbstmordtypen sind Selbstmordtypen, weil sie sich Selbstmorden tun. Ja, ja, komm schon. Oh, baby, baby, du kannst es. Blow you up. Warum hast du sie angezündet? Hab ich nicht. Er hat sie selbst angezündet. Interessant, dass sie das können. Ah, warum hast du ihn angezündet? Das war ich nicht. Oh nein. Irgendeine Feuerverzöpfung auf deiner Waffe? Meiner? Fack, fack, fack. Waffe. Ich lebe. Ich lebe, stirb. Ich lebe nicht mehr. Ach, ist mir gar nicht aufgefallen. Genau in dem Moment, als er sich selbstmörderisch selbstmorden wollte. Ich lege mal mein Zeichen ans Feuer. Ich muss mal nach Matsula. Und ich kann auf meine Waffenverzauberung, die schon eine Waffenverzauberung hat, keine Waffenverzauberung verzaubern. Richtig. Das finde ich scheiße. Sonst würde ich es jetzt vorübergehend... Ja, auf Eideriterschwertblitz drauf, ja. Auf Eideriterschwertblitz drauf, ist klar. Nee, ich habe doch nicht Heider-Blitzerschwert-Dingens. Die habe ich doch nicht an. Ah ja, die sollte man nicht schlagen, stimmt. Wer sollte man nicht schlagen? Genau, hier kam eine Riese raus, ja. Hier waren noch Items. Au. Alter! Seht ihr, der Typ spielt mal wieder vor. Typisch. Ich weiß, wo wir nicht hingehen. Schön, ich auch. Also ich lege mal mein Zeichen neben das Feuer. Gut. Ich warte auf das Zeichen, das neben dem Feuer erscheinen soll. Das Zeichen ist da. Ja. 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 Ah, da, gefunden. Du wirst gerade beschworen. Von einem guter Sehnen-Gort. Beschwöre... Beschwöre nicht, der Götterrache. Los geht's! Geronimo! Und genau, damit ich nicht sterbe, habe ich genau das nicht gemacht. Also soll ich nicht leben? Ja, wenn ich runterfalle, breche ich mir den Knorpel, wollte ich sagen. Ja, macht's. Den Knorpel. Und dann bin ich tot. Komm, 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 komm. Moment, kann man die backsteppen? Ja. Das sind was schlappend. Kannst ja, dass man sie ansündet, wenn man sie backstappt. Ich probier's mal kurz aus. Moment. Moment, ich muss treffen. Okay, der Typ da. Also nicht die Explosieren werden sie. Auf jeden Fall. Äh, warte, ich hab Heilung. Ah, okay, gut. Ich wollte gerade... Irgendetwas machen. Ich hab nur gesehen, wie viel das heilt. Okay, ich hab noch eine. Sehr schön, und weiter geht's. Ja, Prüle, siehst du, die können sich auch in die Luft jagen, wenn sie nicht angezündet sind. Hast du gesehen? Ja, gut, das macht aber keine Explosion dann. Gesehen? Doch, es hat ja eine Explosion gemacht. Ja. So, und jetzt zum Finstergeist. Nee, aber nein, warte, 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 hier, 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 hier. Der Finstergeist, den hatten wir doch besiegt. Ach ja, stimmt, hier, hinter. Ah! Ich hab vollkommen vergessen, dass dahinter die Sprengtippen rumkommen. Lauf! Ich halt sie auf. Warum? Mir machen sie keinen Schaden. Sieh her! Sie machen dir Schaden. Du leichten. Und jetzt schnauze. Und gleich wird's voll nicht creepy oder so. Ich rate dir, schnapp dir das Item und renn, was du kannst. Äh, warum? Jetzt ist deine Gelegenheit, dich zu beweisen als Schatzräuber. Schnappen und renn, schnappen und renn, einfach schnappen und renn. Einfach das Item schnappen und renn, nicht bekämpfen, sonst wären alle Akku. Einfach schnappen und rennen, schnappen und rennen. Item nehmen und rennen. Ja, gleich. Nein, es ist ein Akku. Glückwunsch. Ich hab doch gar nichts gemacht, ich hab niemand angegriffen. Das heißt, es ist nicht gleich heilen. Wo kam der denn her? Nein! Okay. Lenk ihn ab, heil dich. Heil dich nochmal. Warum, der ist auch tot. Hm, das war doch easy. Heil dich. Geh in der Eisenzepter. Gut. Jetzt gilt es nicht mehr. Hier ist ein Jebel. Heil dich. Wegen dem kleinen Kratzer? Hey, listen, listen, hey, listen. Schnauze, du bist noch nahe Weg. Geht er längs ab, Begin. Dum, 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 dum. Kommt er von oben oder kommt er von? Und ich glaub, er kommt von oben, ja. Ah! Den hab ich nicht gesehen. Der greift uns auch nicht an. Ähm, schön. Nein, nicht explodieren. Nach Blutflexung. Ich sag dir, was oben ist. Hier ist ein Gang. Hier ist ein Gang. Keine Angst, ich komme. Lebst du noch? Ja. Ah, gut. So, hier kann man runterspringen. Nachricht lesen. Okay, das ist nur ein Rückweg. Ich bin schon wieder runtergegangen. Geh, da, 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 da. Was? Spinner. Oh. Dieses Gebiet hier kommt mir nicht bekannt vor. Soll ich da runterspringen? Ja. Oh, ich weiß, wo wir sind. Hi. Oh, ich wäre jetzt fast runtergefallen. Tja, ja. Siehst du das Eisgebiet da unten rechts? Ja. Da gehen wir nicht hin. Wie bist du dort? Warum? Warum? Was ist dort? Sind geile heiße Chicks und warten auf uns? Kann man so sagen. Okay, es sind weder geil noch heiße Chicks, nicht wahr? Es sind keine Chicks. Ob sie geil sind, weiß ich nicht, aber heißen sie auf jeden Fall. Okay, benutze den glühenden heißen Zepter. Und da sagte der Herr, es wurde dich. Das wäre doch nicht. Ich habe es voll verkackt, oder? Ja, und zwar gewaltig. Schön, ich nehme den Aufzug da hinten. Was für ein Aufzug? Moment, nee. Okay, ich glaube, der kommt hier. Ja. Okay. Ja. Jetzt sind wir... Ach, ah! Wir sind wieder oben. Ja, hier wollen wir aber nicht hin, ne? Aber doch, hier! Hier ist jetzt auch ein Aufzug. Okay. Du musst kurz warten, dann kommt er wieder runter. Und hier ist eine Tür. Kannst bestimmt nur du öffnen. Hinter dir! Woher... Woher hast du mich gesehen? Von oben. Ich habe nur gerade dort begutachtet, dass da eine Tür ist, auf der anderen Seite. Verstehst du? Heil dich doch mal. Verschlossen. Okay, wir runter. Nee, und der andere weg? Ich spring mal. Ich wollte springen. Idiot. Die Tür geht auf. Hier ist Feuer. Das sehe ich. Hast du es überlebt? Ah! Ich glaube, ich weiß, wo wir sind. Oh! Vorsicht! Explosionsgefahr. Du bist gestorben. Schon wieder. Nein, das ist nicht. Ich komme mal nach da oben. Ja. Soll ich beim Eingang beim Feuerspucker warten? Ja. Ich will schon mal den Speckstein aus. Speckstein, Speckstein, alles muss verstärkt sein. Also, ich stehe vor der Tür, die du geöffnet hast. Und wir haben schon 27 Minuten. Da haben wir ja noch drei. Okay. Ich habe nichts dagegen. Ja, gut. Machen gerade los. Was? Wirklich? Oh! Ja. Ah. Da hat sich jemand selbst umgebracht, indem er versucht hat. Ah! Wo ist der? Ah. Okay, der hat sich wieder selbst umgebracht, also ein anderer. Also gut, dann mache ich einen Cut und wir machen weiter, wenn du da bist, okay? Okay, tschüss. Tschüss, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Bis zum nächsten Mal? Moment, du bist schon da? Ja, ich bin schon da. Okay, dann gibt es doch einen Cut. Wir sind bei 28 Minuten. Also, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Ciao.